Hi Leute und willkommen zu Games Not Over. Heute soll es mal darum gehen, wie ihr mit Magic Lantern am meisten aus eurer Kamera der Rebel Reihe rausholen könnt. Das heißt von der 500, 550D bis zur 700D und vielleicht auch jetzt schon in der Beta oder zukünftig sicher auch aus der 750, 760D. Und dazu habe ich mir so drei bis vier Kategorien überlegt und würde ich sagen, wir starten einfach mal. Kategorie 1 ist die Installation. Zur Installation würde ich sagen, die ist extrem einfach und auf der Website sind gute, sehr kurz geschriebene Textanleitungen bzw. eine Anleitung, wie ihr das macht. Letztendlich ist es Files drauf kopieren, SD-Karte rein, Firmware-Update durchführen und es installiert automatisch und kann noch nichts kaputt machen. Zumindest ist das noch nie passiert. Wenn ihr keinen Bock habt zu lesen oder lieber einfach ein Video gucken wollt, wo auch schon mal ein paar Basics erklärt werden, gibt es auf YouTube Massen von und die kann ich euch nur empfehlen. Die habe ich auch geguckt. Guckt euch die einfach an, dann wisst ihr, was los ist. Da fangen wir jetzt mal mit Kategorie 2 an. Und zwar ist das Global Draw. Und dieses Global Draw ist das, was Magic Lantern besonders macht von den Anzeigen auf dem Display, was die Kamera dann mehr kann, als sie vorher konnte. Und da habe ich vier Sachen installiert und eines der wichtigsten ist zum Beispiel Focus Peaking. Focus Peaking macht folgendes. Wenn ihr fokussiert, seht ihr auf dem Display kleine grisselnde Farbpunkte von blau bis rot. Und was rot ist, ist total im Fokus. Und was blau ist, ist ein bisschen im Fokus. Und was nicht grisselt, ist überhaupt nicht im Fokus. Das heißt, ihr seht immer genau, welche Kanten den Kontrast haben und welche scharf sind. Das hilft enorm dabei, eure Bilder scharf zu stellen und wissen, ob ihr richtig fokussiert habt. Das zweitwichtigste ist wohl das Histogramm. Das Histogramm ist ein unglaublich starkes Werkzeug, das Bild richtig zu belichten. Und um euch dabei zu helfen, zu beurteilen, ob euer Bild richtig belichtet ist oder nicht, indem ihr die Wellenform, die im Histogramm angezeigt wird, immer ungefähr im unteren Drittel haltet, ohne dass dabei unten was abgeschnitten wird oder oben was abgeschnitten wird. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ein Histogramm funktioniert, würde ich einfach sagen, lest euch da am besten auch mal ein oder guckt euch auch Videos an. Das ist auch was, was man für Fotografie und für Videoaufnahmen unbedingt kennen sollte. Histogramme sind super. Ein drittes Ding ist dann wieder der Magic Zoom. Auch das hilft beim Fokussieren. Und zwar ist das im Grunde das, was ihr aus dem Live View von der Kamera, also vom Fotografieren her kennt, dass ihr mit den Zoom-Tasten oben am Gerät in das Bild einfach reinzoomen könnt, bis zu 10-fach digitalzoomen und damit beurteilen könnt, ob euer Fokus sitzt. Ganz banal, das geht einfach während der Aufnahme im Videomodus. Und dann habe ich noch das Spotmeter installiert. Das ist einfach ein kleiner Punkt, der sich verschieben lässt. Und der zeigt einfach an, wie hell in Prozent von 0 bis 100, gemessen an der Skala von eurem Bild, der Bildpunkt auf dem Bereich des Bildes, wo dieser Punkt draufliegt, einfach belichtet ist, wie hell er ist. Wenn das halt das Weißte weiß ist, dann steht da eine 100. Wenn es das Schwärze zu schwarz ist, dann steht da eine 0. Auch das wieder eine kleine Sache, um zu gucken, ob euer Bild richtig belichtet ist. Punkt 3. Punkt 3 geht bei mir in die Richtung Video-Einstellung. Dazu bin ich hier auf dem Videomenü. Und da habe ich vor allem drei Sachen. Einmal habe ich den Shutter-Button so eingestellt, dass ich, wenn ich ihn halb drücke, damit die Videoaufnahme starten oder beenden kann, das ruckelt weniger, wenn ich das mache während der Aufnahme und ich komme einfacher mit meinem Finger dran. Jetzt die zweite Sache, die ich eingestellt habe, ist Graduated Exposure. Das heißt, wenn ihr die Belichtung einstellt oder den ISO einstellt oder halt Blende, ISO und Verschlusszeit, dann springt das nicht so hin und her und ihr seht diese Sprünge im Bild, wie ihr das vielleicht aus YouTube-Videos kennt manchmal, wenn Leute auf dem Messen sind und das schnell ändern müssen oder wie ihr das halt kennt, wenn ihr eure Kamera einstellt vor der Aufnahme, sondern er faded die Unterschiede langsam ein, es ist flüssig und im besten Fall merkt der Betrachter des Videos dann gar nicht, dass ihr was eingestellt habt, weil ihr dann ja richtig belichtet habt. Und wenn es richtig ist, sollte ja nicht auffallen, dass überhaupt etwas gemacht wurde. Und das ist unheimlich wichtig, wenn ihr einfach rumlauft und sich das Licht ändert und ihr die Einstellung eurer Kamera anpasst. Würde ich definitiv empfehlen, einfach reinzuhauen. Der letzte Punkt, den ich da manchmal eingestellt habe und der für mich der verwirrendste, aber gleichzeitig auch interessanteste, weil ich mich am meisten informiert habe, ist die Bitrate. Und zur Bitrate kann ich nur sagen, wenn ihr sowas macht wie ich hier, gerade für YouTube oder so, dann lasst die auf Standard. Die ist perfekt ausreichend und funktioniert erstklassig und ihr wisst, die Aufnahme hält nicht an oder macht sonst irgendwas. Sie passt einfach. Wenn ihr kreative Sachen macht, dann geht auf CBR, nicht VBR. Auch CBR ist eine Variable Bitrate, auch wenn es da nicht so offensichtlich steht. Und sie läuft einfach wesentlich besser. Auch das zeigt euch Magic Lantel unten ja sogar schon an. Deswegen nehmt die und bei dem Faktor stellt 1,4 ein. Das ist so das, was ich festgestellt habe, was mit einer schnellen Karte am besten läuft und auch völlig ausreicht schon von der Qualität. Ihr habt dann nachher weniger Blocking beim Graden und noch mehr Details in schwarzen Bildbereichen. Und das ist einfach ganz nice. Aber bedenkt, wenn ihr den ISO höher stellt und es ist dunkel, was ja dann, wann ihr den ISO höher stellt, habt ihr mehr Rauschen im Bild. Denn wenn ihr mehr Rauschen im Bild habt, heißt das mehr Information, auch wenn ihr die vom Rauschen eigentlich gar nicht wollt. Mehr Information heißt, mehr höhere Bitrate, mehr Zeug im Buffer, mehr Zeug muss auf die SD-Karte geschrieben werden und die Aufnahme bricht ab, wenn die Kamera nicht mehr hinterher kommt. Das heißt, über ISO 400 aus Erfahrungswerten, wenn es dunkler wird, bricht die Aufnahme bei mir so nach 10 Sekunden ab. Aber das reicht für die meisten kleinen kurzen Szenen oder B-Roll, weil so eine Schnittlänge ist ja meistens von 3 bis 10 Sekunden. Nur müsst ihr bedenken, wenn ihr hier sowas aufnehmen wollt, dass es dunkel und ihr stellt höhere Bitrate und 800er ISO ein, wird das nicht klappen, wenn ihr 10 Minuten labert, weil die Aufnahme einfach nach 10, 20, 30 Sekunden abbricht. Und das ist enorm frustrierend. Deswegen für sowas lasst die auf Standard, ärgert euch nicht rum. So viel bringt es dann nicht, dass es das wert ist, speziell wenn ihr es auf YouTube hochladet und die Bitrate eh runtergecrushed wird. Der vierte Punkt, den ich habe, der ist gar nicht unbedingt Magic Lantern, sondern generell ein normales Kamerafeature. Und zwar die Picture Styles, also die Bildstile. Und da nehme ich in dem CineStyle Profil auf, was ihr kostenlos im Internet runterladen könnt. Auch das genau wie Magic Lantern in der Beschreibung verlinkt. Installation ist auch recht einfach. Ihr braucht die Software auf eurem Rechner, die Canon Software. Und zieht dann einfach das Profil rüber, wählt es aus und euer Bild ist entsättigt. Was das heißt, das Schwärzeste schwarz ist nicht komplett schwarz, das Weißeste weiß ist nicht komplett weiß. Und es ist ja immer so, wenn etwas komplett schwarz ist, ist keine Information mehr drin, weil es ist einfach schwarz, glatt schwarz. Wenn etwas komplett weiß ist, ist es glatt weiß, keine Information mehr drin. Wenn es das nicht ist, ist noch Information drin. Ihr habt einen höheren Dynamikumfang, so nennt man das. Und ihr könnt in der Post-Production, halt beim Grading, nachher noch mehr rausholen. Es sieht professioneller aus, halt deswegen auch CineStyle, weil es cinematisch aussieht wie im Kino. Und ihr könnt Sachen immer noch komplett schwarz oder komplett weiß machen, mehr Kontrast hinzufügen, Gamma runterziehen, all sowas. Aber das könnt ihr halt andersrum nicht, wenn ihr es so nicht aufnehmt. Deswegen ist es die bessere Option, gleich so aufzunehmen und es dann nachher zu ändern, als sich zu ärgern. Falsch belichtet, da kann ich nichts mehr retten. So ein bisschen wie Raw-Bilder für Fotos. Und das war es im Grunde zu meinen optimalen Kameraeinstellungen. Ciao, bis zum nächsten Mal von Games Not Over. Danke fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihn doch am Like, auch wenn ich sowas nicht ungern mache, aber ich finde es trotzdem cool, wenn das Video ein Like kriegt. Danke, bis dann.